Jo moin Leute, herzlich willkommen zum DAS-FAM-Tippspiel 2. Tag Nachmittags-Session, ich weiß jetzt auch, gegen den Jamie Lewis spielt, gegen Cody Howes. Also Jamie Lewis gegen Cody Howes, 3 zu 1 für Jamie Lewis. So, das war das Tippspiel am zweiten Tag, der DAS-FAM 2019 Nachmittags-Session, die letzte Partie. So, das war's und wir sehen uns, bis dann, ciao! So, das war's und wir sehen uns, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann!